moin zusammen schön dass ihr wieder da seid und willkommen zurück zu einer weiteren folge hier auf der nfmarsch am freitag und gerade perfekt über was machst du da was machst du da wieso fährst du jetzt wieder zu du bist leer so sehen wir mal wie es nicht geht es ist natürlich sehr schön dass er jetzt zum endpunkt fährt wo er aufgehört hat ich weiß es nicht warum also auf dem feld hier hat das alles sonst funktionieren jetzt zickt er hier rum oder wie naja wenn wir uns das mal eben in aller ruhe angucken was er denn jetzt vor hat weil er wird hier mit sich ja gleich merken mit achtet gucken wir uns sicher an das niederwicht ist du bist hier auf 59 naja aber du machst ja alles von dir machst ja alles selber passt irgendwas war jetzt genau dreschen war ja hatten wir ja gestern auch gesehen ja das ist manchmal so ein bisschen blöd wenn du natürlich jetzt nicht in den drescher rein springst wenn du die natürlich jetzt auf parken stehen hast dann fällt einem das manchmal nicht mehr so ein was du denn noch wolltest manchmal ist tatsächlich so wenn du in den ins fahrzeug rein springst stimmt da war war aber ganz ehrlich hier musst du das echt zwischendurch wirklich haben dass du denn die so ein paar geräte wirklich ausmachst oder eben auf parken stellst dass du dann nicht immer rein tapst weil zum beispiel jetzt ein drescher die nicht brauchen dann warum müssen wir da immer rein tapen das alles im endeffekt verschränkte zeit so das hast du ja richtig gut gemacht und ich hätte andersrum fahren müssen natürlich wie soll es doch anders sein aber da wir ja ein paar einfahren und ausfahren hier auf dem hof haben du musst jetzt auch zu 13 naja also ich würde es jetzt ja mal echt riskieren auf der 13 sollten wir eigentlich einen kurs haben äh 13 ja schiesse okay dann machen wir das nicht weil rein theoretisch hätte ich ihn ganz gerne jetzt äh äh das selber machen lassen also schneidwerk ankoppeln und aufs feld fahren und anfangen aber wenn wir keinen kurs haben dann ist auch doof warum willst du jetzt eigentlich wieder zum feld 19 fahren warum fährst du jetzt eigentlich nicht dich auffüllen ist das hat das damit zu tun dass ich ihnen in der gestrigen folge gesagt habe du sollst nicht zum äh ne endnahmepunkt fahren oder aufladepunkt und sonst gleich zum feld fahren dass sich das hier ne das ja dann dadurch durcheinander kommt kann das sein wir bleiben mal eben kurz sitzen äh ich möchte das jetzt mal im wissen weil hier aus der ausfahrt die jetzt gleich kommt ähm ist ja nur eine einfahrt da kann er ja nicht raus fahren meine ich zumindest ne da kann er nicht raus fahren das ist nur einfahrt ich muss mal eben rüber zu meinem tisch rollen ich habe hier nichts mehr zu trinken ach so da siehst du der drischer ist auch angekommen sehr schön aber da müssen wir uns gleich drum kümmern oder können wir uns gleich jetzt drum kümmern ich möchte jetzt eben wissen aber jetzt das jetzt funktioniert das war nämlich dann auch wahrscheinlich denn der grund warum er in diese einfahrt reingefahren ist und dann gleich wieder ausfällt wer brummt mir denn hier so am ohr ach du bist da ah der andere fänd jetzt bin ich mal gespannt ob der kurs den ich jetzt gebaut habe aber jetzt den feld und den er jetzt um fährt oder mit sich reiß oder ne oder ob das jetzt so passt dass er da ran fahren kann auffüllen und fährt wieder weg wäre natürlich ein träumchen ne 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 das ist natürlich jetzt doof weil jetzt genau hier steht jetzt müssen wir noch den anderen punkt auf einmal kurz rüberschieben sondern das müsste jetzt eigentlich funktionieren wir schieben noch mal ganz zurück die scheiße den bergen und er fällt natürlich wieder zum feld natürlich also manches mal ist es wirklich es ist wirklich grausig er fehlt jetzt wieder zum feld wir jetzt wieder zum feld fahren bleib hier bei hier stopp aber auch jetzt zurück ich habe manchmal immer noch das gefühl auch wenn ich manchmal drauf drücke auf den rückwärts klopft denn besonders dann wenn es ein bisschen äcklicher geht dann macht er das nicht ich weiß aber jetzt nicht warum oder dass das die das ist ja auch der verkehrte modus wir brauchen ja im endeffekt den richtig oder richtig das war jetzt hier meine schuldigkeit der wenig aufgepasst der sind diese beiden punkte von ad die ich oft durcheinander bekommen wenn jetzt ist ja klar ist er voll ist natürlich klar wäre zum feld naja wahrscheinlich hat jetzt die ein oder andere wahrscheinlich die ganze zeit jetzt in der folge davor gesessen du musst die modus ändern muss den modus ändern der modus passt nicht der habe ich jetzt auch gemerkt danke 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 naja gut schauen wir da nachher nochmal aber rein theoretisch müsste das jetzt eigentlich passen also wenn ich mir das jetzt hier angucke das hätte niemals funktioniert das ankoppeln und aus dann können wir hier einen kurs bauen er merkt nicht dafür hier sind oder geht das doch wenn ich ihnen jetzt sage hier und so naja fast ne ne mache ich gleich daneben selbst andersherum so 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 ich weiß nicht ob ich das in meinem leben noch hin bekomme die richtigen knüffel zu drücken damit ich das ähnlich auf die kette kriege einklappen der knopf und geräte wählen in den knopf an abkoppeln ok so dann machen wir hier den kurs dann werden wir noch gleich 13 speichern kurs speichern 13 5 war das glaube ich ne 13 5 war das glaube ich ne gut das läuft wir hätten wir hätten genau dich hätten wir noch ich sehe auch gerade ich habe die zeit gar nicht hochgetreten ja ähm 13 wo sie doch einlager ne so das hier mach du mal so ähm ja du fährst jetzt gerade wieder hin ne oder fährst du jetzt immer noch hin ne er fährt jetzt tatsächlich immer noch hin echt dein ernst hey ei 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 Ach auf der 1 können wir auch noch dreschen, ah ja stimmt. Wo ist denn... Na gut, ich bin ja mal gespannt. Na, ja. Na ja gut. Den anderen Treffer brauchen wir noch. Und das ist natürlich auch stinkendreckig. So, das gehe ich jetzt eben einmal schön machen, weil wir sind schon wieder fertig mit der Folge. Dann würde ich sagen, war es erstmal an der Stelle und ich sage wieder vielen Dank fürs zugucken und sehr sehr gerne bis morgen. Auge rein. Bis dahin. Ciao, ciao.